Guten Tag, wir werden Claire Defti mein Name. Ich bin Verkaufsberaterin bei Projekte Immobilien Berlin. Es ist mir eine Freude, Sie heute hier an der Baustelle unseres besonderen Bauvorhabens Orania 1 begrüßen zu dürfen und Ihnen die Highlights des Projektes vorzustellen. Von der Lage her im grünen Norden Berlins gelegen, befinden wir uns genauer an dem Oraniendamm 1 bis 3, Ecke Straße 199. Direkt neben der beliebten Nordmeile, mit Geschäften des täglichen Bedarfs und nur drei Gehminuten entfernt von S-Bahnhof Weidmannslust. Das Grundstück umfasst 2845 Quadratmeter Fläche und beherbergt neben dem modernen und zugleich zeitlosen Baukörper einen weitläufigen Hofgarten, welcher gemeinschaftliche, sowohl als auch private Gartenflächen bietet. Zwischen dem Oraniendamm und dem eigentlichen Baufeld besteht ein malerischer Hain mit altem Baumbestand mitsamt eines kleinen Bächleins. Auf vier Etagen entstehen insgesamt 25 provisionslose 1 bis 3 Zimmer Wohneinheiten, ob als Garten-, Etagen- oder Penthouse-Eigentumswohnung, mit 39 bis 93 Quadratmeter Wohnfläche, gepaart mit cleveren Grundrissen und einer hochwertigen Ausstattung. Dazu gehören beispielsweise Echtholzparkett von der Fußbodenheizung gewärmt oder Markensanitärobjekte, welche einen im Alltag versüßen und nicht zuletzt die bodentiefen Fenster, welche täglich das Sonnenlicht in ihre Wohnung einladen. Ein weiteres besonderes Highlight jeder Wohnung sind die großzügigen, gänz-süden gerichteten Lodgien, welche im geschlossenen Zustand das ganze Jahr über als ein weiterer Wohnraum zu Nutzen sind. Zu jeder Wohnung ist ein Kellerabteil zugeordnet und im Preis mit inbegriffen. Ebenfalls bestehen Stellplätze auf dem Gelände sowohl als auch in der Tiefgarage, welche man optional erwerben kann. Durch unsere energieeffiziente und nachhaltige KfW 55 Bauweise sparen Sie zukünftig Nebenkosten und zusätzlich bestehen interessante Förderungsmöglichkeiten durch Tilgungszuschüsse. Zur Verfügung stehen noch eine Einzimmer-Gartenwohnung und sechs Zweizimmerwohnungen im Erdgeschoss, im ersten oder zweiten Obergeschoss. Ob zum Eigennutz gedacht oder als Kapitalanlage, Oranje 1 ist eine attraktive Wahl mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Fertigstellung ist zu Anfang 2022 geplant, wobei Bezugsfertigkeit bereits voraussichtlich November 2021 besteht. Oranje 1 verbindet ein lebendiges Umfeld mit direkter Anbindung in die City, kurze Wege in die Natur und hochwertige Ausstattung bei außerordentlicher Preisgestaltung. Ich freue mich, wenn ich heute Ihr Interesse an unserem besonderen Baufarben Oranje 1 habe wecken können. Gerne beraten meine Kollegen oder ich Sie persönlich per E-Mail, Skype oder WhatsApp. Bis dahin, alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Ihre Vivian Claire Defty Bis dahin, alles Gute für Sie und immer gleich im Erdgeschoss. Hier invade ich mich. Vielen Dank.